Hallo ihr Lieben, willkommen zur Aufgabe des Tages. Heute stellt euch die Frage, wer hat einen Unterschied gemacht? Wer in meinem Leben hat mich inspiriert? Wer hat mein Leben für immer verändert? Wer hat mir den Raum eröffnet und damit mich bewegt? Geht in euch und reflektiert das Ganze und schaut, welche Menschen, welche Persönlichkeiten das waren und wie sie das gemacht haben, was sie euch geboten haben. Ich wünsche euch dabei viel Freude, viel Spaß, Sonne im Herzen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!